Wie geht es überhaupt mit Beratung und anderer Hilfe? Das möchte ich heute dir erklären. Nur wenn man die falsche Frage stellt, oder wenn du jemandem helfen möchtest und du machst es genau falsch, kann es sein, dass du bestraft wirst. Nur es geht um Regel 10.2 und die Strafe sind zwei Strafschläge beim Zählspiel oder Lochverlust beim Lochspiel. Ich fange mit Beratung, die erlaubt ist, an. Wenn es um öffentliche Dinge geht, auf Englisch sagen wir Public, dann ist man erlaubt, Beratung anderen zu geben oder zu helfen. Hier sind ein paar Beispiele. Du darfst immer fragen, wie weit es ist, zum Beispiel zu einem Bunker. Du könntest auch fragen, wo die Fahne ist, wenn es ein Dogleg ist oder wenn es ein blindes Loch ist. Du weißt nicht, wo die Fahne ist. Du darfst es fragen, wo ist das Raff, wo ist da Wasser am Grün. Das darf dein Mitspieler dir sagen und du darfst es ihn oder sie auch fragen. Wenn es um Entfernungen geht, dann ist es immer erlaubt zu fragen, weil diese Entfernungen sind öffentlich. Zum Beispiel, dein Spieler spielt diesen Ball und dein Ball liegt genau daneben. Du darfst diesen Spieler fragen, weil er ein Entfernungsgerät hat. Sag mal bitte, wie weit ist es von deinem Ball bis zur Fahne? Das ist erlaubt. Die Position der Fahne auf dem Grün, das darfst du auch wissen und fragen, falls du das nicht weißt. Du darfst, und das würde dich vielleicht überraschen, auch fragen, was für Schläge hast du gerade benutzt für deinen Schlag? Aber das darfst du nur fragen, wenn du auch gerade deinen Schlag gespielt hast. Wo es natürlich immer erlaubt ist, Hilfe zu geben, ist bei den Golfregeln. Ich denke, es ist sogar wichtig, dass man es tut. Man kann wirklich so Schläge sparen. Und alle im Flight sollten einander helfen mit Geschwindigkeit, Regeln, Etikette. So bitte, frag sofort, ob du nicht sicher bist. Das ist auf gar keinen Fall eine Strafe. Wenn du ein Caddy hast oder einen Spielpartner beim Fähre zum Beispiel, ihr seid eine Mannschaft, dann ist jede Form von Hilfe erlaubt. Ihr seid quasi ein Mensch. Und du kannst auch Hilfe von dem Caddy von deinem Mitspieler bekommen, weil ihr ein Team seid. Was geht nicht? Ich möchte anfangen mit Belehrung, Schwunghilfe. Man sieht die ganze Runde, ein Spieler macht einen ganz einfachen Fehler. Man mag diesen Spieler sehr und man möchte helfen. Und das ist ein Turnier und du sagst, dein Griff ist einfach zu schwach. Dreh die Hand etwas nach rechts, dann wird alles gut sein. Nein, dann wird nicht alles gut sein. Du wirst für diese Belehrung zwei Strafschläge bekommen. Du fragst jetzt bestimmt, was ist mit mir? Bekomme ich eine Strafe, wenn jemand mir Schwungtipps gibt, zum Beispiel? Nein, du bekommst keine Strafe. Du kannst auch nichts dafür. Aber das ist ganz wichtig und das wissen auch viele nicht. Wenn diese Person dir andauernd hilft und Tipps gibt, das kann sowieso ziemlich nervig sein, oder? Dann musst du unbedingt diesen Spieler, diese Person sagen, bitte damit aufhören. Das ist Belehrung. Ich darf das nicht hören. Wenn ich das jetzt annehme, dann werde ich die Strafschläge auch bekommen. So bitte nicht mir sagen. Okay, das ist wichtig zu wissen. Zur Schlägerwahl ist es natürlich nicht erlaubt, zu fragen, wenn du zum Beispiel an einem Paar 3 bist, dein Mitspieler hat angefangen, er hat geschlagen, du weißt nicht genau, welche Schläge du nehmen solltest, und dann fragst du diese Person, welchen Schläger hast du genommen, oder welche Uhrzeit ist das zum Beispiel. Das ist nicht erlaubt, weil du noch nicht deinen Schlag gespielt hast. Das würde dir auf jeden Fall helfen. Das geht nicht. Auch interessant ist die Golftasche. Man darf in die Tasche schauen, während der Mitspieler spielt, um zu sehen, welchen Schläger er gerade spielt. Aber man muss da aufpassen. Man darf nicht eine Haube entfernen oder ein Handtuch dann zu sehen, okay, oh ja, das ist das Eisensieben. Das wäre auch eine Strafe. So andere wichtige Beratungssituationen, die nicht erlaubt sind, sind zum Beispiel, Du darfst nicht einen Schläger für deinen Gegner hinlegen, damit er sich besser ausrichten kann. Dein Caddy darf nicht hinter dir stehen, das ist neu, während du dich ausrichtest. In der Vergangenheit durfte der Caddy da stehen und sagen, ja, ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr nach links. Er muss da wegbleiben. Mache ich mal meinen Schlag. Ohne Hilfe.